Da war Epic Loot drin, ey. Naja, nicht wirklich, aber... Ey, wenn jetzt meine Leiche weg ist, bevor ich die scheiß Zor bekomme, dann wäre das ziemlich scheiße. Ich wusste, sie hätten mit dem scheiß Flugzeug wegfliegen zu... Na hallo. Ja, nee, ist klar. Wo bist du jetzt eigentlich gespawnt insgesamt? Ich bin noch nicht gespawnt. Ich stehe die ganze Zeit wie Saving Data. Und ich kann nichts anklicken. Ey, das ist doch wohl, ey. Das ist doch wohl, ey. Das ist doch wohl. Okay, wie denn ich denn mal die Folge... Bist du irgendwas damit einfach mal... Nein! Was? Was, du wurdest gekickt? Warum wurdest du gekickt? So, ich bin jetzt zum Spiel. So, ich bin wieder da. Ja, also ich habe den guten Kollegen... Mit in den Tod gerissen, würde ich mal sagen. Oh Mann, der wurde gekickt. Ja, wegen Zuhun Ping. Gibt's doch nicht. Sag mal, warum wurdest du gekickt? Was soll denn da missen? Oh, ich habe auch eine rote Kette. Aufnahme-Channel. Du wurdest gemoved. Ja, jetzt ist unser Aufnahme-Channel, den wir bekommen haben. Ich bin jetzt im Aufnahme-Channel, das ist natürlich schön. Alter, Junge, jetzt wurde ich auch noch gekickt. Was bitte? Schön, dass wir jetzt auf unserem Channel sind. In welcher Feuerwehrstation meintet ihr nochmal, die mit dem Schorn? Äh, wo bist du jetzt genau gespawnt? Er fragt gerade, in welcher Feuerwehrstation waren wir gerade. Was soll ich denn sagen? Die Wahrheit oder Lüge? Äh, antworte noch nicht. Ich bin gleich im Spiel. Antworte noch nicht. Warte noch kurz, mein Kollege kommt gleich. Der kann dir das besser sagen wie ich. Ja, ja, das ist gut. Ja, irgendwas muss man ja sagen. Ich kann ja nicht sagen, ich sag dir es nicht. Ey, du hättest erwarten können, ich bin so gut wie im Spiel nicht. Mhm, deswegen. Oh, shit. Ey, ich hatte die ganze gelbe Kette, aber die ist ja nicht so schlimm wie die rote. Deswegen verstehe ich nicht, warum ich... Nein! Oh, 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 oh. Hilfe, Junge. Na, ey. Lade nach. Lade nach. Lade doch mal nach. Sag mal. Ja, aber... Ey, wirst du das? Das gibt's doch nicht. Ja, ich bin bestimmt gleich wieder tot. Ich bin bei der Tankstelle in Elektro. Du wurdest schon wieder gekickt. Ah, jetzt wurde ich schon wieder gekickt. Ist das denn erst für eine schwule Scheiße, ey. Was ist das denn? Oh, ich habe ein Auto. Ach, ich habe... Warum? Ich habe jetzt ein Update von Orion Dino Hort 1,6 G. Ey, warum macht der einfach so, äh... Warum macht der Steam auf einmal mitten in so einer Scheiße auf einmal diese Kacke an? Ja, das ist doch schwul. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin nur noch in der Aufnahme drin. Und renne schon mal zu der Feuer. Ich musste mal... Ich musste einen Schnitt machen. Also bei mir habt ihr ja alles Special Content. Ja, das ist doch wohl echt... Oh, hier ist ein... Au. Ich bin gleich wieder tot, denke ich mal. Wenn ich Pech habe, ist meine Leiche weg mit dem geilen MG. Oh, Scheiße. Ich bin auch noch wahrscheinlich im Auto weggepackt. Also ich wäre jetzt scheiße, wenn es... Ich renne zur Feuerwehrstation, ne? Vielleicht kann ich noch irgendwas retten. Ja, bitte, weil da liegt nun nicht mein geiles MG und da liegt... Ja, da steht jetzt auch das Auto einfach so rum, ohne niemanden. Naja, es ist ja kaputt. Nee, nee, nee. Ich bin ja mit dem braunen Auto hin schon hingefahren. Ach, das habe ich ja gefunden. Boah, das kürzt mich immer noch voll an. Ich hätte nicht das Schrottauto nehmen sollen. Ich hätte es wissen müssen. Der Geigler Oldie wäre eh geil, ne? Ja, ja, klar. Wir hätten aber, wie gesagt, ich habe nur gesagt, nimm den Hippie-Bus, weil da Loot drin war. Und das hätten wir hier mal besser umfrachten sollen. Ja, bei den ganzen Zombies, das hätte viel zu lange gedauert. Naja, wir hatten ja vorher Zeit, zum Beispiel bei dem Flugzeug. Vielleicht war da ja auch was drin, ne? Uh, jetzt, äh... Loading character dart hard. Er hat gerade was gesagt. Ich habe es nicht gehört. Na, das wäre natürlich scheiße. Ich warte jetzt einfach mal, bis du kommst. Ja, ich bin eigentlich so gut wie drin. Aber ich glaube, das ist ein Juta. Glaube ich. Mein Bauchgefühl sagt, er ist friendly. Zombie kills ein. Das ist natürlich Wunderbärchen. So, also mein Kollege kommt gleich wieder. Bist du da oder bist du jetzt nicht da? Bin jetzt da. Dann sag dir mal hier irgendwas. Hm, wo bist du? Ich habe das letzte nicht verstanden. Wo bist du? Ich habe das letzte nicht verstanden. Äh, was soll ich denn jetzt sagen? Komm, was macht der denn hier? Der Zombie rennt durch eine Wand. Okay. Äh, was soll ich denn sagen, Malik? Äh, ich bin in der Stadt. Ich bin jetzt bei der Feuerwache. So, ich bin jetzt bei der Feuerwache, also. Jo. Ja, perfekt. Ich bin in... ...fünf Minuten. Okay. Scheiße, meine Wheels sind jetzt grün wegen der Scheiße. Deine Wheels sind grün. Das ist doch gar keine Beschwerde. Hast du alles gelootet? Ja, das ist halt kacke, Waldi. Äh, äh, ja, ich habe mich noch gelootet. Wo bist denn du jetzt genau? Ich bin in der Feuerwache. Wenn du mir die Zombies abhalten könntest, können die vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Das ist super. Mach mal weiter. Und mal komm, Leute, hier. Hier steht die Musik. Oh, oh. Äh. Steig mal lieber ein. Nein, nicht ausrüsten. Nein. Was hast du gemacht? Was war das denn? Hilfe, geh doch mal rein. Was hast du jetzt mitgenommen von hier? Okay, ich... Irgendwelchen Müll. Mit dem Schornstein, mit der Fabrik dran. Vielleicht hier, bei der, bei der... Ah, warte mal, ähm, er ist, er ist, ah, okay. Ne, wir kommen jetzt zu dir. Wir kommen jetzt zu dir ein, da zu dir. Da musst du dich extra laufen, ne? Ja, gut, ich sag zwar, wir sind bei der Feuerwache, ähm, von Tschernohor, aber er geht halt zur Feuerwache, die andere Feuerwache. Da ist er! Da ist er. Da ist er, wir sehen dich. So. Was geht? Ja, ich steige. Ja, aber lass mich mal besser fahren. Hm, ist klar. Ja, super, schön, umfahren. Ah, was das denn da schön ist. Das Polizeiauto aber keine Reise. Ja, wo willst du hin? Einfach so langsam hier, ne? Das gibt's doch nicht. Ja, schön hier. Weil mal rede ich, doll. Bei mir ist jetzt das Mikro-Dings hier. Das weiß ich. Ja, wo soll es nur hingehen? Ah, jetzt. Er redet nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Warte mal. Frag ihm auf den TS-Kombel. Okay. Hast du Lust auf den TS von uns zu kommen? Ich wollte schon sagen, hast du Lust bei einer Mannschaft beizutreten? Hast du Lust bei einer Mannschaft beizutreten und auch Platt-Eile zu sich gemacht? Soll ich mal fragen? Vielleicht sagt er ja ja. Was? Ach, Vehicle-Channel meint er. Drück mal, zweimal... Ja, ja, ich hab schon. Ja, bin drin. Ja, ich auch. Jetzt kannst du ihn doch nochmal fragen, wegen TS. Ich glaub, der hat mich nicht... Okay. Also, wohin fahren wir? Ja, wohin soll... Ja, dahin, wo du möchtest. Lass uns mal einen Hubschrauber-Click machen oder einen Flugstall. Ja, eigentlich hatten wir ja schon eins. Äh... Aber dann ist mir ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Ja, du bist leider dagegen geflogen. Ey, ich hätt's so hochbekommen, ne? Aber du hast mich vor dem Tode bewahrt. Obwohl ich dann trotzdem... Ja, ich würd' sagen, wir fliegen mal, ja, fliegen. Ja, wir fahren zum Dingserfliegen, na, du weißt, um rechts. Dem Großen? Nein. Dem Kleinen? Ne, Mittelgroßen. Ja, das können wir machen, das... Also, ja, okay. Hast du vielleicht Bock auf den TS zu kommen, da hast du die Kommunikation immer ein bisschen besser, ne? Ja, äh... Schick mir einfach Passwort und ID, dann komm ich. Es gibt kein Passwort. Jetzt gibt's ja... Oh, warte, aber es gibt kein Passwort, also ich schicke dir gleich mal die IP, krieg mal die IP. Oh, ne, ne. Ähm... Oh, oh, geh in die Kette. Bei Technik Fragen, Technik Fragen. So, Bestörung V geht, ja, geht. Jawoll. Kommt auch gar nicht komisch, ne? Wenn er in den Aufnahmen-Channel geht. Äh, 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 äh. Nö, 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 also wir nehmen nicht auf, wir sind ja nur... Ja, ich hab ja überlegt, sollen wir es ihm sagen oder nicht? Na, okay, der checkt das bestimmt von selbst irgendwann. Na, eigentlich muss man ihn schon fragen, dass... Also, ist er dann weltweit, so gesehen? Ja, na klar.